Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 1 hier mit mir im Chartalks. Und wir waren jetzt erstmal stehen geblieben in der Terra-Höhle, aber sind wir auch schon fertig, denn wir haben jetzt den Sternrubin eingesammelt. Das ist den, den wir brauchten, für was auch immer, ne. Darüber war ich mir ja im letzten Part auch schon nicht klar, ne. Wofür brauchen wir den verdammten Sternrubin? Wofür? Für was? Vielleicht, vielleicht brauchen wir ihn ja für den Dings, wie heißt er jetzt, ähm, für diese Stadt da, die da überfallen wurde. Oder von Vampiren. Naja, egal, wir gehen einfach mal dahin und gucken einfach, was dort abgeht. Durchaus müssen wir ja wirklich dorthin. Aber erstmal müssen wir ihn ja aus der Höhle rausfinden, und zwar heile. Wenn wir das nicht heile schaffen, dann, dann bringt das hier nichts. Aber wir schaffen ja sowieso alles hier heile. Aber ich denke mal, das Ding vergiftet mich und es hat mich genau in diesem Moment vergiftet, wo ich es erwähnt habe. Und hurra! Da können wir jetzt einfach mal wieder unser, ja, Moment, Sekunde, warum, was mach ich da? Egal. Warum habe ich das Teil verschoben? Wieso tue ich sowas? Böses. Wieder. Wieder, 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 okay. Gut, ich denke, jetzt können wir raus, 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 lässt mich raus, lässt mich raus. Nein, es lässt mich nicht raus. Das Spiel will unbedingt, dass wir gegen diese komischen Ogre-Häuptlinge kämpfen. Oh, und sie sind kaputt, und jetzt kommt, ach, verdammt, ist hier den Gift wieder in meinem Gesicht. Oh, kein Gift, geil. So, erstes Untergeschoss, das heißt, wir müssen jetzt einfach nach unten gehen und dann sind wir fertig, richtig? Richtig. Sehe ich genauso. Aber wir haben noch nicht geguckt, was links ist, also gehe ich nach links. Denn stellt euch mal vor, wir müssten noch irgendwas hier links holen. Wäre doch verdammt schade, wenn wir das Teil da nicht hätten. Was auch immer da ist. Wäre doch wirklich schade, oder nicht? Echsen und... Was für Teile? Hellgigas? Oder was steht da im Moment mal eben? Da stand meine Wasserflasche gerade vor. Ich stelle die mal eben so zur Seite. Und jetzt kommt ein Kampf. Hellgigas, okay. Bam, 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 bam. Ihr wisst ja, ne, die Kämpfe sind hier alle total mega schwer und so, ne, und wir müssen's... Hallo, jetzt reißt du aber mal mit hier mit den Kämpfen. Sag mal, merkt ihr das eigentlich auch? Ich brauche nur einen Schritt laufen und einen Kampf. Ey, ist das Spiel kaputt? Ich glaube, langsam wohl. Okay. Ich habe momentan ehrlich Angst. Ich weiß nicht, warum da alle zwei Sekunden Kampf kommt. Auf jeden Fall, ähm... Verwenden wir erstmal hier einen Äther, Äther, Äther. Und teilen unsere Charaktere. Denn ich... Ich ahne jetzt ziemlich böse Sachen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Also wenn hier überall ein Kampf kommt, dann denke ich mal, hier unten wird irgendwas... ...sehr seltenes sein. Ansonsten, ja, kann ich mir nicht erklären, warum hier alle zwei Sekunden ein Kampf kommt. Beziehungsweise jeder Schritt. Kann ich jetzt... Vielleicht jetzt verdammt ich laufen? Krass. Das ist hier gerade... Hier leveln Deluxe. Also wer sich darauf einlässt, weiß ich nicht. Der ist so mad wie ich. Äh. 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 Was zum Teufel. Warum war da jetzt nichts? Naja, egal. Immerhin haben wir jetzt eine Milliarde Gegner umgeklatscht für nichts. Und, ja. Dadurch wahrscheinlich einiges an Gil erhalten, ne? Wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe. Also Gil haben die ja ordentlich gegeben. Mal gucken. Wir haben momentan... 83.000 Gil? Oh. Geile Sache. Muss man ja wohl echt sagen. Moment, da komme ich ja her, ne? Komme ich da jetzt nicht gerade her? Ich komme ja doch gerade her, oder? Ich glaube, ich verarsche mich wieder selbst. Ja, genau. Da komme ich her. So ist es halt. Wenn man sich selbst verarscht, dann ist alles total unlogisch. Angriffsvorteile sind immer praktisch. Und Zombies sind unpraktisch. So. Ich hoffe, jetzt kommt wieder nicht alle zwei Sekunden ein Kampf. Wäre doof. Wäre doof. Okay, okay. Gut. Die Kämpfe kamen jetzt nicht so kacke hintereinander, wie gerade eben. Aber hier werden... Autsch. Hier waren die Zombies im Hinterhalt und haben uns gerade erst mal gezeigt, was die drauf haben. Wow. Zwergtiger. Okay, die können nichts. Gut. Magie. Heilra. Puff. Dankeschön. Das sollte mich erst mal befriedigen fürs Erste. So, statt Melmond. Der Vampir ist besiegt und trotzdem fault die Erde. Weiter. Was? Warum bloß? Erlangt der Erdkristall seine leuchtende Kraft wieder, wird auch die Erde wieder zum Leben erwachen und diese Welt mit Bäumen und Blünen. Was? Möbel West? Erlangt der Erdkristall seine leuchtende Kraft wieder? Sternenrubin, Sternenrubin, Sternenrubin. Verdammt. Wofür bräuchte ich den? Sekunde mal. Was hast du? Der Riese, der in der Höhle lebt, frisst gerne Steine. Habe ich mir sagen lassen. Eine besondere Vorliebe von ihm wohl Edelsteine. Der Steinrubin. Ach, Sternenrubin. Das ist doch ein Edelstein. Das ist auf jeden Fall ein Edelstein. World of Warcraft. Ich glaube, du hilfst mir gerade in diesem Moment drastisch weiter. Denn daher kenne ich, oder da habe ich zumindest Sternenrubin das erste Mal gehört. Spiel, hilf mir weiter. Okay, Moment. Hier ist nichts. Eventuell hier. Da ist es. Da ist die Höhle. Der Luchs hätte mir hier wieder weitergebracht. Aber egal. Riese. Riese, Riese, Riese. Ist das etwa ein Sternenrubin? Hm. Wollt ihr mir den geben? Da mache ich euch den Weg frei. Ein guten Appetit hat er. Mampf, mampf. Knirsch, knirsch. Lecker. Ein sehr guter Jahrgang. Es geht nichts über einen echten Sternenrubin. Mach Platz, Digga. Danke. Also er verschwindet durch die Wand irgendwo hin. Und wir machen jetzt Partey. Seht ihr das richtig? Ja. Aber wir, äh, Moment. Schauen erstmal, was es dort unten gibt, ne? Da oben geht es ja einen Gang nach oben. Aber ich bin da total gespannt, was es denn hier unten gibt. Äh, aus reiner Sicherheit, äh, heile ich mal eben hier den Marcel und speichere ich ihn mal eben ab. Äh, nur reine Sicherheit, ne? Also, äh, nicht die Sternenrubin oder so. Streitachs. Wow, die ist bestimmt nice. Und was ist hier? Diese Grimms. Oh mein Gott, ich habe so Angst. Die machen mich so kaputt. Ah, ich bin tot. Oh, 600 Gilt. Auch nicht schlecht. 400 Gilt. Nicht schlecht. Und Mitrilhelm. Okay. Was war das? Ich habe manchmal so ganz komische Screen-Lags. Weiß auch immer, was das ist. Egal, aber die kommen jetzt nicht zum ersten Mal. Wollte ich nur mal so sagen. Warte mal, optimal. Zack. Koralschwert. What? Okay. Ich passe mich nur dem Optimal-Dings da an. Was würde der denn hier sagen? Den Mitrilhelm. Ja, den habe ich doch gerade bekommen, ne? Gut. Ja, ich hätte es wahrscheinlich nicht besser machen können. Und Kampf gegen Uga. Moment. Da habe ich gerade die Abbrechen-Taste zugespampt. Äh, gut. Dann wollen wir mal. Warte mal. Wie geil sieht das Koralschwert aus? Wenn Marcel angreift. Das sah doch gerade ziemlich nice aus, oder nicht? Alter, was geht denn bei denen ab? Die kloppen da richtig drauf. Boah, die Axt geht auf jeden Fall ab. Not bad, not bad, not bad. Oh, hier geht es direkt weiter. Oh. Hier geht es irgendwie außenrum irgendwo hin. Aha. Ist ja interessant. Bringt uns das denn irgendwas? Oh ja, ich habe da unten gerade ganz am Ende des Screens noch eine Höhle gesehen. Höhle, sei gegrüßt. Höhle der Weisen. War das nicht dieser komische Kerl, wovon die Zwergen mir erzählt haben? Keine Ahnung. Gucken wir einfach mal, was es hier gibt. Gar nichts. Gar nichts? Interessant. Ich liebe nichts. So, was gibt es hier? Da ist der weise alte Mann da, von dem mal so ein Kerl erzählt hat in der Stadt. Es ist also euch zu verdanken, dass der Vampir nicht mehr ist. Doch offenbar war auch er nur das Faktotum einer noch viel böseren Existenz. Tief unten erstickt das Chaos der Erde den segnenden Schein des Kristalls. Hinter dem Raum des Vampirs geht es noch tiefer hinunter. Benutzt dort diesen Stab. Böbeli, böbeli, bam. Den Terrorstab. Okay. Wir müssen also den ganzen Weg nochmal zurücklatschen. In diese verkackte Höhle rein. Wo ich mich schon gewundert hatte, warum es noch einen Zusatzweg gibt. Hell yeah. Okay, dann wollen wir mal nicht so böse sein, ne? Dann weiß ich zumindest, wie es in der Story gerade so vorläufig mal weitergeht, ne? Das ist schon mal gut. Wenn wir zumindest so ein bisschen Plan haben, wo wir hinrennen müssen. Das gefällt mir. So, ihr Schatten. Ihr seid nichts anderes als Schatten und böse. Ach, komm. Das war jetzt nicht nötig. Höhle des... Irgendwas. Ich nenne sie trotzdem Guruköhle. Guruköhle wegen der epischen Musik. Okay, zwar könnte man sie nicht genießen, wenn du die ganze Zeit meine Speed-Up machst. Aber, äh, mache... Aber man kann sie ja ohnehin nicht genießen, wenn ihr alle zwei Sekunden an den Gegner kommt. Okay. Wo muss ich jetzt lang? Erstmal nach rechts, ne? Oder kann ich hier direkt runter? Ne, ich kann hier schon direkt runter. Ich kann hier schon direkt runter zur Terrorhöhle. Hm, das ist gut. Das ist wirklich gut. Ich frage mich aber nicht, ob ich noch irgendwas... Wollte ich nicht noch irgendwas einkaufen, bevor ich hier weiter Party mache? Ich meine, ich wollte eigentlich noch irgendwas kaufen. Hm. Egal, aber jetzt ist es eh zu spät. Jetzt sind wir schon da und jetzt machen wir auch keine Umwege. Äh, 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 äh... Äh, 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 äh... Keine weiteren Umwege. Wir gehen hier nach unten. Das war doch unten, ne? Unten rechts war der Weg. Kobras. Ich hasse euch. Ja, ich weiß, dass es Anaconda sind. Trotzdem sind das Kobras. Tot. Tote Kobras. Tote Kobras. Tote Kobras. Jetzt habe ich aber recht. Das sind Kobras. Tote verdammt nochmal. Blab, 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 blab. Hä? Hier war ich aber auch noch nicht. War das oben rechts der Weg? Oder wo war der jetzt? Hä? Ich bin wieder total verwirrt. Oder warte, das war genau gegenüber hier, ne? Da, in dem Gang war es doch. Ach, verdammt. Anacondas, ihr seid böse. Ach, schade, die Slavlap. Geile Sache. Moment, eine Sackgasse finde ich nicht gut. Die Gargollen finde ich übrigens auch nicht gut, ne? Also, guckt euch die mal an, ey. Die sehen so schlecht gelaunt aus. Also, so wie immer. So, total hingeklatscht. Normal. Anacondas. Böse. Böse Anacondas. Böse Anacondas. Egal, wer level up geworden ist. Geht set. Hey, was? Moment. Ich glaube, das war wirklich oben rechts. Denn hier unten gibt es nur Truhen, die wir bisher ausgelassen haben. Aber jetzt haben wir sie ja immerhin eingesammelt, ne? Ein Hinterhalt. Hooray. Ich freue mich immer über Hinterhalte. Die sind so hinterhältig und so hinterhältig. Vor allem das. Achso, genau. Wir mussten ja nicht links nur nach unten. Wir mussten ja einfach nur nach rechts. Das war ja der Weg. Oh, genau. Stimmt. Verdammt. Ich lasse mich jedes Mal von der Umgebung trollen. Heilra. Warte mal, das wollte ich verwenden. Aber wie komme ich nochmal in die letzte Stufe rein? Also, wenn ich hier unten durchgehe, musste ich... Hm. Ist das, was ich jetzt denke? Warte, ich bin mir nicht sicher. Doch. Hier kenne ich mich aus. Hier weiß ich, wo wir müssen. Glaube ich zumindest. Also, jetzt wieder nach unten, oder? Ich glaube, jetzt müssen wir wieder nach unten. Und dann noch weiter nach unten. Und noch weiter nach unten und weiter nach rechts. Und dann sind wir da. Hier ungefähr. Ich hoffe, das war richtig verdammt nochmal. Ich hoffe einfach, das war richtig. Und übrigens, seht ihr gerade, wie diese komischen Gargollen mich gerade fertig machen? Die spammen mich hier voll mit Angriffen und... Ja. Versuchen mich wirklich, um zu klatschen. Ach, hier war ich schon. Verdammt. Ja, ich kann mir doch nicht alles merken. Aber ich glaube, jetzt sind wir trotzdem hier unten auf der richtigen Fährte. Hier unten? Ja, hier unten war das. Ich glaube, das war wirklich der richtige Weg. Ich kann mich an diesen kleinen, schmalen Gang hier gut erinnern. Ja! Right! Okay, warte mal. Wie war das jetzt? Äh, irgendwo hier gab es ja noch diesen Gang, wo tausend Gegner sind. Aber der war ja, glaube ich, in der ersten... Im ersten Hotel geschossen. Genau. Da war er. Ähm... Antidot. Antidot. Krieger. So. Heira. Heira. Uh, dankeschön. Dö, 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 dö. Kokatrizen, oh mein Gott. Dödet sie. Oh, okay. Alles viel gut. Oh, Kokatrizen! Oh mein Gott, ich habe Angst. Ich sterbe. Oh, 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 oh. Ich lebe noch. Oh, oh, oh. Mumien. Mumien sind böse. Danke. Die Fledermäuse sind wirklich eine böse... Eine böse Rasse. Wenn man das so sagen darf. Oh, das Korallenschwert hat auf jeden Fall Style. Wie ich gerade sehen muss, ne? Also... Oh. Äh. Schati ist gerade wirklich versteinert. Interessant. Dass wir so weit auch noch kommen. Puff. Die Goldnadel hilft. Ähm. Und jetzt... Heilen wir Marcel. Und danach... Kann man hier ein Zelt verwenden? Ne, ne? Nein. Das ging ja nur draußen. Äther. Äther. Musste sein. Und das nächste Mal, wenn ich in der Stadt bin, gehe ich wirklich nochmal shoppen. Und zwar in einen Dingshändler... Dingshändler... Äh... Dingshändler-Bumster. Ihr wisst schon. In einen... Itemhändler-Laden. Mach ich jetzt... Hier unten lang? Muss ich? Ja, ne? Ja, genau. Oder? Ne, Moment. Doch. Doch. Unten lang. Das... Ja, doch. Das war doch der Raum mit dem... Ja, das war der. Hier oben war der Stab. Dingshändler-Bumster. Der... Das Ding der Bumster. Genau. Stab hinpacken und... Wuppdiwupp. Passiert was? Ein Gang erscheint. Echt? Cool. Wie modern. Moment, ich hab Angst. Ähm... Speichern. Speichern wo? Da. Boah, das ist so verdammt nice, dass man überall speichern kann. Das ist wirklich richtig awesome. Und hier weiß ich vielleicht nicht, wo wir hinlatschen müssen. Aber ich lauf mal, wie immer, in die falsche Richtung. Denk ich zumindest. Todesabteile. Töte sie. Sie sind böse. Sie wollen mich töten. Und abten auch. Irgendwas haben wir gerade von denen gedroppt bekommen. Aber ich achte ja nie darauf, was wir da bekommen. Vielleicht sollte ich ja mal drauf achten. Oder auch nicht. Ach, komm. Warum ist... Lol. Die stehen... Anstatt dass sie hinten stehen, stehen die alle weiter vorne. Okay. Den Baum nicht. Federmaus, du Arschloch. Wenn du nicht so scheiße gestanden hättest, dann... Ja, dann, 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 dann genau das. Puff. Hä, was? Alle kaputt von Dialogs? Aber das hat doch voll wie ein Schaden gemacht. Komm mit mal eben. Hier rechts vielleicht? So ganz spontan irgendwie Pisco-Dämonen? Ne, warte mal ab. Das ist ein Picasso-Dämon. Meine Picasso-Dämonen, die muss ich doch... Ja, den Namen muss ich doch für den beibehalten. Ich kann doch nicht einfach die umbinden. Auch wenn die natürlich im richtigen Dings Picasso heißen. Äh, Picozo. Picasso. Nein, äh. Troll. Ah. Fünftes unter Geschoss. Hurray. Und ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Irgendwo einfach nur unten lang und dann nach oben lang und dann Helgi-Gast. Oh, weh. Ihr kommt jetzt wieder jede zwei Schritte. Okay, gut. Ihr kommt nicht alle zwei Schritte. Das ist... Nein, ich muss... Nein. Nein, ich habe so einen Drang, immer nachzugucken, was in jedem Dings ist. Hm. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Genau, korrekt. Ich gehe in das Menü, drücke auf Feater und dann mache ich... Blalalala. 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 Genau. So, nicht anders. So, was gibt's hier? Hier, Fledermaus. 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 Und Kampf. Gegen Todesabte. Äh, wieso verprügelt ihr eigentlich immer alle Schati, wenn der da gerade bedingst ist, betäubt? Ist das irgendwie so ein Trick von euch? Eine Sackgasse. Geil. Geil. Eiter Schleim. Oh ne, ich habe jetzt keinen Bock auf Eiter. Okay, Eiter ist doch sehr freundlich. Geht zumindest schnell sterben. Das sehe ich als nette Geste an. Ah, wir sind im Angriffsvorteil. Wisst ihr, was das heißt? Genau, nichts. Wir haben gewonnen. Ah. Ah. Ich, ich, ich habe so ein blödes Gefühl. Ich habe hier echt ein verdammt blödes Gefühl. Ich meine, da hinten steht was. Aber, ja, das ist so ein Kristall. So ein Erdding, so ein Bumster. Das, was wir brauchen halt. Aber, äh, ja. So ein Ding ist selten ohne Boss. Wer wagt es, mich zu zerstören? Ach, äh, zu stören. Hä? What the heck? Mich, das Chaos, das die Erde frisst. Nichts und niemand wird mich von meinem Vorhaben abhalten. Schon gar nicht niederes Gesindel, wie ihr es seid. Oh, scheiße. Da ändert sich die Melodie schon. Krass. Äh. Das ist ein Untoter, ja? Wobei, da bringt mir Dialogs wahrscheinlich auch nichts. Aber eventuell kann ich seine Magie bannen. Was auch immer das jetzt bringen soll. Ähm. Ansonsten knüppeln wir mit. Kann man den vergiften? Nein. Folger. Silenzium. Mist. Ja, das war mir schon klar. Egal. Wir machen dich mit unserer tiefsten und härtesten Magie kaputt. Oh, du hast verfehlt. Autsch. Und ich mache an dir wenig Schaden, sehe ich gerade. Okay. Aber zum Glück haben wir einen, der richtig Schaden macht. Und das ist Vivi. Der macht mit Feuer ziemlich krass viel Schaden. Also Vivi. Zeig. Wow. Zeig, was du drauf hast. Ein bisschen mehr Feuer-Action. Und dann sollten wir den Todesbringer wirklich zeigen, wo hier der, wo der hier der Lümmel hängt. Äh. Moment. Ich meine jetzt keine Genitalien, Leute. Ich meine jetzt wirklich hier, da, wo der Hammer hängt. Mal schauen, wie viel der aushält. Ich glaube doch, dass Vivi mit diesem Folger-Zauber ziemlich gut bedient ist. Und damit meine ich wirklich ziemlich, ziemlich gut bedient ist. Oh, verdammt. Das wollte ich jetzt nicht. Aber er ist tot. Er ist tot. Verdammt nochmal. Er ist tot. Oh, ey. Wir haben den Erdkristall. Hooray. Hooray. Wie sich alle freuen. Wir haben den Kristall. Oder? Altar der Erde. Aha. Ich hab's gewusst. Ich wäre auch von alleine drauf gekommen, Leute. Ich schwör, ich wäre hier von alleine drauf gekommen, dass das Ding auf einmal jetzt in Ordnung ist und funktioniert. Und da ist ein Gang. Episch. Und jetzt auch noch... Moment, auch beim Wasserfall müsste doch sich was geändert haben. Der Altar der Erde. Die Quelle der Furchtbarkeit. Moment, haben wir das jetzt? Ja. Wir haben es in unserem Eventar. Wir haben... Also wir müssen nur noch hier, ähm... Vier Stück davon... Ach, drei Stück davon sammeln. Und dann... Dann ist das Finale angesagt, denke ich mal. Okay. Ich denke mal, wir können jetzt hier einfach bedenkenlos... Eine... Pause machen. Ja, ich glaube wohl. Von der Zeit her müssen wir hier eine kleine Pause machen. Okay, Leute. Wir machen hier einen kleinen Schnitt. Und ich sage mal einfach mal, bis zum nächsten Mal.